Was ist bei uns in der Sprache und mehr als bei uns in der Sprache? Es ist immer nicht gewöhnt von Menschen, die wir gekannt haben, mit welchem wir gesprochen haben, was nicht anders ist als jüdisch. Wir haben nicht nur gewöhnt in Vilni, sondern gelebt auf jüdisch. Gelebt auf jüdisch. Getracht auf jüdisch. Geholmt auf jüdisch. Fantasiert auf jüdisch. Die Schule, in der wir gegangen sind, ist eine jüdische Schule, wo wir alle die Mutten auf jüdisch gelernt haben. Alle die Mutten im Achutz zwei, die seinen Gesetzlach gewöhnt, was stimmt, dass wir Musei lernen auf Päulisch. Die zwei seien Päulische Sprache und Päulische Geschichte. Seien gewöhnt jüdische Lehrer und Lehrerinnen, aber die Sprache in dem Klasse, die waren Päulisch. Wir haben alle gekannt Päulisch. Wir haben gemusst kennen Päulisch, weil, als man geht in der Bank oder auf Post, oder als man muss etwas fragen bei einem Polizian, muss man fragen auf Päulisch. Ist mir auch gekannt Päulisch? Wir stammen nicht sehr gut. Wir stammen, ich meine es korrekt, aber nicht sehr literarisch. Und Länen, Päulische Literatur, wollte uns Kinder geben schwer. Aber wir haben gekannt Päulisch, noch gelebt haben wir auf Jüdisch. Und die Kormen, in welche wir sind gegangen, einzukaufen, wir sind gegangen in Päulische Kormen. Was soll der Gäu haben, das auszulesen von uns? Was soll der Gäu haben, das auszulesen von einem Päulich? Was soll der Gäu sein?